Da warten Ich laufe nicht bis dann hoch Ich war um eine Minute ab 1.25 Marvin? Was denn? Helfer? Ah ja Auf dem Weg Ich hab mir alle in den Finger gebrannt Ich war gerade noch am Handy Was hast du gemacht? Ich hab Whatsapp zurückgeschrieben Du Flittchen Ich dachte nicht, dass ich 90 Sekunden dafür brauche, aber Da sind ganz viele Pornoweibern Klar Und oft machst du immer einen Autotack und knallst dir weh hinterher Ja, aber ich muss erstmal reskillen Die Mäste Und da du willst, wenn du den Jungen gemacht hast Ich versuche all das meraale, ich gebe dir ja Du bist in das Säge Und da du mit den Kuinstern Du bist der Kuinstern Ich glaube dass der Kuinstern Wie man sie immer mit in Lieren Wie man hier bei ihnen Die viele Hände Ich bin der Kuinstern Oh oh! Oh, da ist ja der Kande da. Gabba hat irgendwie gar nichts mitbekommen. Ne, die war glaube ich früher. Da war echt schlecht. Wie geht der Ori los? Hat sich die Ori jetzt gestorben? Am Tower. Ah Gott. Ah, wie nun war ich halt so, die hat eigentlich zwei Tower hits getressen. Gut. Gut Job. Push noch neben mir drei. Leben. Ich würde gerne noch ein Blech den holen. Okay. Ja, ich werde nicht gespielt. Hast alle Stacks? Okay. Danke Paddy. Danke. 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 Ja, ich habe ein bisschen Werbung für dich gemacht. Danke. 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 Und hier heißt Du nicht��i gegen eine Gare main antreten. Lern das. Bitch. Hä, wie krieg ich denn Follower, wenn ich offline bin? Ja, aber kann dir doch auch so folgen. Ja, kann es auch unsichtbar sein. Komisch. So, ähm... Aber was macht denn unser Jungler da? I've got the sunshine in my pocket. Ich habe halt mehr Farben wie Rain. Sehr geil. Oh, Jungler ist da. Da kommt gleich der Nextriff. Krass. Ja. Nee, ich wollte nicht drauf, weil ich sonst gestorben wäre. Ich wäre trotzdem drauf. Ich wollte schade, damit das Schild am Anfang so eine E-Gang abgeführt hat. Ja, finde ich. Ja, ist normal. Ja, aber wenn du das, glaube ich, also eher Skilled, weil ich habe halt das S.B. auch schon auf 3. Ähm... Ähm... So... achso also töte oder nur hitte also töten wenn du das geld dafür krass sagen was so aber halt kein wort raffi hier egal kann uns eh nicht mehr reichen gex kommt Ja ich bin noch weg, sorry aber da bleib ich echt nicht mehr rein Wobei es mich schon wieder in den Fingern gejuckt hat da noch mal reinzuspielen Wir haben jetzt vier stücke auf bot geld, wir haben noch einen geholt Na bot ist es Ich verstehe es nicht, die Cale steht 0,3 und die Roriniana ist 2 Level tiefer Aber jetzt Minions mache ich es egal hier wenn ich das Ding habe Ja Ach ich geh mal schnell in die Mitte Ja mach nur Kama ist hier auch Ach geil oh Sauer Marvin bist du halt aber auch ne Bitch Hat Marin aber auch gesagt Dass du die Zicke bist Ich bin gar nix Ich bin gar nix Dass der da reingeht Marvin zurück Ach man der Tower da echt gar nix mehr In der Mitte sind halt immer nur zwei Hehehe Bitchi Marvin kann sein dass einer von der Mitte hoch kommt Egal dann kill ich's alle Gut Das ist der fucking Problem Wolltest du mal anzeigen Ich bin mighty Garren Das war wieder wegen uns Das war's.